Also noch mal anstrengend. Okay. Hier ist eine kleine Treppenvorsprung. Fels. Gott, ist schön der Himmel, aber... Mir geht es echt ein bisschen mies. Gott. Okay, wir müssen weiter hier hoch. Also ich weiß immer noch nicht genau, was das für ein Spielgenre ist. Ob das tatsächlich ein Adventure ist. Action-mäßig gruselig. Also es ist natürlich jetzt hier kein Resident Evil 7. Aber ganz ehrlich, das fand ich jetzt schon... ...komisch. Aber ich meine, er hat auch nicht gerufen, er hat ja gar nichts gesagt. Also beide Personen. Also hier unser... ...Henry hat nichts gesagt, aber auch der Typ da oben. Man ist aber auch anstrengend hier. Junge, Junge, wo sind wir eigentlich hier? Oh, sieht gut aus. Perfekt. Wo sind wir genau richtig gelaufen? Gut, dass wir doch noch in die Hülle gegangen sind. Ich weiß nicht, kann ich mich jetzt sicher fühlen? Ach Gott. Au. Ah, da ist er. Unser Feuer. Lookout-Turm. Warte mal, das Schild müssen wir hier mal melden. Äh, well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the black path. Ähm, it was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. The black path, also in der Regel, so kenn ich's zumindest, sind ja verschiedene Wege farblich markiert. Also ganz einfache Wege gibt es ja für die Hobby-Kraxler. Und natürlich auch die schwierigen Wege für unsere erfahrenen Bergsteiger und Wanderer. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich bin immer noch etwas vorsichtig, weil ich echt ein bisschen Schiss habe. Was haben wir hier? Plumpsklo. So, it's just the outhouse then in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, uh, full disclosure. IP wherever I want as well. Okay. Was haben wir hier? Ein Holzaufsteller. Riesewitzig. Okay. An employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Oh, thanks, Mom. What kind of name is Forest Burns anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. Uh-oh. Es ist schade, dass wir die nicht aufstellen können, ne? Wir können immer noch nehmen und dann irgendwie fallen lassen. Na gut, dann legen wir mal hier dagegen. So, können wir es mal benutzen? Iiii, alter Baseball. Okay. Boah, man hört sogar die Schmeißfliegen. Ne, kann ich nicht melden? Okay. Tut so. Ja, ich hab, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen... Ich schleiche mich mal von hinten an. Durch die Büsche. Wassertank. Okay. Hm, hier ist niemand. Was haben wir da? Ein Beton. Okay. Ich weiß gar nicht, wofür das da rumliegt. Aber es sieht da relativ friedlich hier aus. Äh. Ähm. 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 Die Musik. Ich glaube, jetzt geht es mir mal ein bisschen anders hier. Ähm. Ähm. Hat der Typ bei uns Kandale gemacht? Oh nein. Verdammt. Ach du Schitte. Mist. Oh nein. Ja, ich... Ja bitte. Okay. Thanks. Maybe that guy I saw on the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own, and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it, and now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Uh, okay. In the morning, I'm gonna call my friend Patty, who works at the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it, and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Well, I sure don't know. You will. I promise. Ja, ich habe wohl nichts anderes. Oh, Tag 2. Ich bin doch schon wach. Ja, 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 ja. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So, you're going to want to go back there, go through it and keep going straight to the north, when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. And you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Okay, wir müssen zurück in die Höhle und von dort aus nördlich. zu diesem Canyon oder Richtung Canyon sozusagen. Okay, können wir nicht melden. Wir müssen eine Telefonleitung überprüfen oder eine Funkleitung sozusagen. Ach, guck mal. Bündelfeuerwerk. Oh, ja. Konfizieren. Okay. Habe ich mir selbst konfiziert oder was? Okay, ich würde sagen. Morgenstund. Hat Gold im Mund. Und wir starten zurück zur Höhle. Also, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ja, wo die Mädels waren, auch sauer. Also, vielleicht haben die tatsächlich, vielleicht waren die das auch. Aber dieser einsame Typ, Mann, der ist fast schon unheimlich, ne? Verstehe ich nicht. Oder es war der Freund von den beiden oder eins von den Mädels. Man weiß es ja nicht. Oder es war, keine Ahnung, ein Irrer, der hier rumläuft. Ne, das wollen wir nicht. Von wo sind wir gekommen eigentlich? Schmeine von hier. Wo ist denn die Toilette? Da. Ich glaube, dieser Weg hier. Äh, umgestürzter Baum. Was kann man denn alles melden hier? Oh, okay. So, hier irgendwo war das umgestürzte Schild. Was ist denn hier? Feuerwachturm. Barfoot Point. Okay. Aber hier irgendwo war doch... Ah, wo war denn das? Hier vielleicht? So, durch Bäume kann man eigentlich durchgehen. Nur unser lieber Henry nicht. Hier war es auch nicht. Ne, ich glaube, das ist schon wieder zu nah am Feuerturm. Da müssen wir eher in diese Richtung hier. Wo war denn? Das gibt es doch gar nicht. Hier. Da. Da ist es umgestürzt. Ist auch seltsam, ne? Das da kann ich... Na gut. So. Sprung. Äh. Okay. Hat geklappt. Puh. Gut, dann geht es weiter. Ich glaube, das ist die schnellste und sicherste Methode, zu der Höhle zu kommen, hier lang zu gehen. Ich muss mal offen und ausprobieren, ob er sich wirklich verletzen kann oder ob er wirklich kaputt geht. Vielleicht ist das ja auch gar nicht möglich. Man sieht das ja. Also es ist ja schon sehr stark begrenzt hier durch die starken Bücher und Bäume und hier den Baumstamm. Oh, es ist eigentlich ziemlich kalt hier. Roger, das ist das. Es wärmt schnell. Die Frühstück sind kalt in Boulder, oder? Ja, sie sind. Woher kamst du da unten? Ich meine, was ist das Leben? Okay, wir können über den Hund sprechen. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Ich war immer viel Zeit mit unserem Hund, Mayhem. Mayhem? Was ist das? Er war ein Schäfer deutsch, großartig wie ein Auto. Also, warum nicht ihn Schäbby? Schäbby. Ja, guter Plan. Hä? Okay, gut. Nein, ich glaube, er hat keine Idee. Ich bin absolut sicher. Würdest du? Ähm. Okay, ich werde dir wissen, ob etwas verändert wird in diesem Bereich. Hey, sorry about that. Anyway, ich habe gedacht, und die Geschichte ist lustig. Und, ähm, sorry, aber du sagst, wir? Ich bin, du? Du, du hattest ihn mit jemandem? Das wäre meine Frau, Julia. Oh, wie, 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 wie? Meine Frau. Aber du bist hier. Sie ist krank, und ich sollte nicht hier sein, aber ich bin. Ich... Entschuldigung, Henry. Was ist das? Wir kommen zu es. Okay. Also, du bist hier. Und es ist schön. Und es geht nicht immer so schlecht. Ja, sicher. Schau, ich muss eine Sache machen, aber ich werde eine Radio haben. Okay, kenne mich, wenn du brauchst. Mit wem hat die eben gesprochen? Es klang so, als hätte sie quasi telefoniert oder sowas, und hat vergessen, das Funkgerät irgendwie auszuschalten. Also, einschalten, ausschalten. Wie dem auch sei. Ja. Okay, super. Wir haben die Höhle erreicht. Und wenn wir hier rauskommen, dann sollen wir Richtung Norden gehen. Also, wirklich schnurstracks. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Ausgang hier ist. Da. So, dann schnappen wir uns den Kompass. Boah. Brrrr. Kalt. So. Okay. Richtung Norden. Also, grob in diese Richtung. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß immer nicht so recht, was das für ein Abenteuer ist. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.